Hey, bitte herzlich willkommen zurück bei Doom. So, eine kleine schlechte Nachricht habe ich schon mal. Auch für dich, du bist nämlich tot. Richtig, das ist erstmal, bis auf unbestimmte Zeit, die letzte Folge von Doom 1. Weil ich werde nicht mehr als drei Folgen pro Woche hochkladen, das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Und einmal habe ich halt Doom 1. Jawoll. Einmal habe ich halt mal Doom 1 hochgeladen. Dann holt der Schlüssel. Dann Doom 3. Und dann auch noch Sonntagswahl. Ei, ei, ei. Skyrim. Drei verschiedene Let's Plays. Komm jetzt. Und, ähm, wo war ich? Ah, ja. Ja, die Woche haben wir ja schon, ne? Äh, und ich wollte ja jetzt nächste Woche mit Alan Wake anfangen. Also da wird, da wird die erste Folge Alan Wake hochgeladen. Und, irgendwas, das wäre ja halt Nummer 4 im Bunde. Und dafür, weil es zu viel ist, muss halt irgendwas weichen. Und das wird jetzt leider Doom 1 sein. Das heißt natürlich nicht, dass es für alle Zeiten nicht weitergespielt wird. Wir machen erstmal Alan Wake und dann wird es auch mit Doom 1 weitergehen. Versprochen. Franz Fester versprochen. Ja, also statt Doom 1 gibt es jetzt ab nächste Woche Alan Wake. Und statt Dienstags werden wir auf den Montag gehen. Was erzähl ich da? Ne. Vergiss es. Wir werden beim Dienstag bleiben. Ich hab mir gerade überlegt, ne. Ich wollte erst auf den Montag gehen. Aber es macht eigentlich keinen Sinn. Wir bleiben beim Dienstag. Also, Dienstags statt Doom 1 Alan Wake. Und ich bin hier voll am Kämpfen. Das letzte Level vor der Pause. Also, vor der Doom 1 Pause. Es lässt mich hier nicht los, ne. Es lässt mich nicht gehen. Ich hab die Türen gesehen, die da sind. Ich wollte erstmal hier lang. Gelber Schlüssel. Ich hab natürlich einen roten Schlüssel. Laufen wir erstmal hier lang. Yellow Key. Warum guck ich auch nicht? Ach, da geht das auch noch weiter. Schön, da ziehe ich es. Yellow Key. Warum guck ich nicht an die Umrandung? Oi, ei, ei. Da baue ich einen blauen Schlüssel. Leute. Komm her. Komm her. Oh, ne. Ne. Ah, na. Ah, na. Ah, ja. Ein Säure-Schutzanzug. Wahrscheinlich müssen wir dann... Geht's da um die Ecke? Hui. So, und jetzt lauuf. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Scheiße. Das hasse ich ja, ne. Da ist die Gelbe. Boah. Aber ist mal hier weiter. Dass du den Säure-Schutzanzug irgendwie nimmst. Ach, da kann ich ja auch nicht weiter. Weil du denkst, da geht's irgendwie weiter. Und dann geht's ja doch nicht weiter. Das ist so ein Dreck. Ich hasse das. Aber hier ist die rote Tür. Hi, bevor er mich getroffen hat, hab ich ihn getroffen. Blauer Schlüssel. Oh. Hat er mich doch nochmal erschreckt am Ende, ja. Ja, wir sind zu 106% gesund. Wir sind sogar vor den Krankheiten geheilt, die es noch gar nicht gibt. Yes. Ich glaub, ich spiel ziemlich unsauber. Also sprich, ich lass sehr viel liegen, aber... Ich will's ja einfach nur... Ich will's schaffen. Ich will überleben. Ich will leben. So wie auch schon letzte Folge gesagt. Ich wiederhole mich. Ich bin wie eine RTL-Soap. Ich wiederhole mich immer wieder. Blau, 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 blau. Blau war hier. Da kriegen wir schon auch den gelben Schlüssel. Und so den gelben Schlüssel gehen wir zum Ausgang. So sieht das nämlich aus. So macht das Sinn. So macht das Laune. Drecksding, Mistvieh. Wow. Halt die Klappe! Also da geht es nach... Ich werde erstmal die beiden verbinden hier. Die beiden Gänge. So, genau. Ach du Scheiße! Dich habe ich doch gesehen. Dich auch. Dich habe ich gesehen. Dich auch. Wir verbinden gerade die beiden Kreuzungen miteinander. Da haben wir auch eine blaue Tür. Schön. Da ist der Ausgang. Ist der nicht. Der hat nicht... Oh Mensch, was da ist da? Was? Ich bin schon wieder hier. Ich will nicht hier sein. Ich will da sein. Oh Gott. Oh nochmal so ein richtig schönes, mieses... dieser fieser Irrgarten hier. Äh... Blub, blub. Da muss ich lang. Hallo. Können Sie mir den Weg sagen? Da war ich schon mal. Ich muss jetzt hier lang. Ja, ich geh mal hier lang. Ja, ich geh mal hier lang. Ja, ein Schalter. Ein Schalter ist immer gut. Jawoll. Nein! Steh ich in der Säure und guck auf die Karte. Äh... Ich kann halt den Pfeil nicht... Geh ich jetzt da lang? Ja, das sieht gut aus. Jetzt da lang. Und nach oben. Da muss doch was sein. Da ist doch irgendwas. Die Wand sieht so anders aus. Gut, das haben wir schon mal alles geschafft. Jetzt müssen wir nach geradeaus. Rechts und dann geradeaus. Okay. Ja, genau da. Da waren wir noch nicht. Ein gelber Schlüssel! Alles einsammeln. Muss uns alles irgendwie weiterhelfen. Ein unsichtbarer. Ein unsichtbarer! Jetzt auch noch sowas. Ich glaube, die sind bestimmt in solchen dunklen Räumen ganz schön scheiße zu sehen. Blöde zu sehen. Schlecht zu sehen. Jetzt die gelben... Gelben... Nee, bloß rum. So lang. So lang. So lang. So lang, so lang. So lang, so lang. So lang, so lang, so lang. Ich bin ein Mann, ich fahr nicht nach dem Weg. So lang. Jetzt muss ich... Hier war doch er schon. Nein! Okay, Gegner sind hier noch. Das haben wir ja gehört. Warte mal. Warte mal. Gehen wir mal hier lang. Genau. Hier müsste es eigentlich demnächst irgendwann mal... ... zur gelben Tür gehen. Was? Was? Wo? Was? Wer? Wer hat mich hier beschossen? Wer dachte, er könnte es mit mir aufnehmen? Hä? Wer? 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 Ich hau ab. Fahr hoch! Jawoll! Ja! Ich bin dabei. Nenn mich Master. Ich habe die andere Waffe nehmen können. Es ist mir schon klar. Ich habe einen Schalter umgelegt. Ich bin ein Mann. Ich lege Schalter um. Es ist mein Job. Dafür bin ich auf die Erde gekommen. Was ist hier los? Das Level ist echt schon mal nicht ohne. Ach, das war die andere gelbe Tür. Sie führen alle nach hier oben. Also müssen wir hier hin. Das ist schon mal gut. Ja, das geht zu der anderen gelben Tür. Hatten wir ja drei insgesamt. Äh... Weg! Da ist doch der Ausgang. Oder? Das habe ich schon mal gesagt. Und ich habe mich geirrt. Aber erstmal gehe ich hier unten lang. Diese Schweinevieh mag ich irgendwie nicht. Oh! 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 Ihh... Das hat mir selber etwas abgezogen. Nein! Und gar nicht mal wenig! Der Ausgang! Ich hab´s geschafft! Wir haben´s geschafft! Wir haben´s alle geschafft! Okay! Denn danke ich schon mal fürs Zusehen! Und ja... Wie gesagt... Ab nächster Woche Dienstag kommt Alan Wake... Und dann... Tja, dann wird Doom 1 weitergemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.